ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem youtube kanal chris thailand schön dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines news update für euch vorbereitet heute am 25 juli 2022 und vorab wünsche ich euch allen erstmal einen guten start in die neue woche beziehungsweise hoffe dass ihr bis jetzt auch schon einen guten start in die neue woche hattet und ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten artikel da berichtet thailand tipp punkt info mit quellenangabe bangkok post bangkok bereitet sich auf die sechste welle mit einem großen anstieg der ausgewählten infektionen vor bangkok bangkok bereitet sich auf eine sechste welle von kobe 19 vor da die kobe 19 fälle in der hauptstadt auf über 10.000 neue fälle pro tag steigen und das öffentliche gesundheitssystem der stadt bedrohen während sich thailand allmählich von den lockdown maßnahmen entschuldigung lockdown maßnahmen erholt hat die ausbreitung der neu aufgetauchten omikron unter variante ba.5 bangkok erneut in die höchste alarmbereitschaft für einen weiteren kobe 19 ausbruch versetzt der artikel geht noch ein bisschen weiter die links zu den artikeln findet ihr wie gewohnt unten in der beschreibung wenn ihr euch das noch mal in ruhe durchlesen möchtet dann habe ich einen artikel rausgesucht von der verlang.com punktesystem für taxifahrer kommt bangkok thailändische taxi tuk tuk und motorrad taxifahrer wurden daran erinnert dass das zur kontrolle ihres service eingefügte schuldigung eingeführte punkte abzug system ab dem ersten januar 2023 in kraft treten wird in einem facebook beitrag am sonntag erklärte der thailändische taxifahrer verband dass das punktesystem am ersten dezember des letzten jahres eingeführt werden sollte aber wegen der pandemie verschoben werden musste das department of land transport kurz dlt hat ein punktesystem entwickelt um den service der fahrer öffentlicher verkehrsmittel zu kontrollieren und die sicherheit zu fördern zitat jeder fahrer eines öffentlichen fahrzeugs wird mit 100 punkten beginnen die bei jedem verstoß abgezogen werden sobald alle punkte aufgebraucht sind wird der führerschein entzogen heißt es in dem beitrag nachfolgende verstöße führen zum punkte abzug und da ist jetzt eine auflistung der punkte inwiefern was wo abgezogen wird zum beispiel verstöße der kategorie 1 10 punkte das wäre dann nicht vorzeigen der id card oder belästigen von fahrgästen da sind auch noch weitere punkte dann in der kategorie 2 dass wir dann 20 punkte fahrgäste im stich lassen oder auch konsum von alkohol oder anderen berauschenden mitteln während der fahrt und da auch noch weitere punkte des weiteren vergehen der kategorie 3 da werden dann 30 punkte abgezogen manipulation des taxameters oder verlangung eines höheren fahrpreises als vorgeschrieben ja der artikel geht auf jeden fall noch weiter wenn ihr euch das noch mal in ruhe durchlesen möchte welche punkte da für welches vergehen abgezogen werden wie gesagt link dazu findet ihr unten in der beschreibung ja was sagt ihr zu dem ganzen schreibt mir doch mal gerne eure meinung zu den vorgetragenen themen in die kommentare das war es auch schon wieder von dem news update wenn euch meine videos gefallen dann würde ich mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lasst den kanal abonniert ich bedanke mich fürs zuschauen und sagt bis zum nächsten mal bleibt alle miteinander gesund macht's gut abone ich auf 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 nach